Neptune, Agri-35 war ziel. Rakete ist unterwegs. Haben Sie die Markierung? Zweibliche Ziel. Rakete unterwegs, Neptune. Die Töne ist erledigt. Weiter. Gegner eliminiert. Tolle Show, Neptune. Magram gehört uns. Gernotter, gleichfalls. Gentlemen, wir haben gerade ein Flugfeld erobert. Das war totaler Irrsinn. Fahnen wir es mal hoch. Ich habe General Fleck auf VTC, Sir. Sir, wir sind drin und einsatzfähig. Colonel, wir haben Ihren Schlachtplan analysiert und sind ein wenig besorgt. Weshalb sind Sie denn besorgt? Die Jungs in Langley sagen, dass sich bis zu 350 Al-Qaida darauf vorbereiten, den Kampf zu uns zu tragen. Von der Wahrscheinlichkeit von HVTs in dem Gebiet gar nicht zu reden. Wenn Sie es bis nach Pakistan schaffen, sind uns die Hände gebunden. Die Zahlen sind nicht korrekt, Sir. Nach unseren Informationen ist der Widerstand viel zahlreicher. Vermutlich über 1000. Nun, wenn das so ist, müssen wir umso dringlicher sofort losschlagen. Wir wollen in 24 Stunden Truppen auf dem Boden. Tier 1 AFO-Teams dringen in das Talfuß, Sir. Sie haben uns Informationen über feindliche Stellungen in den umliegenden Bergen gegeben. Das ist ein Anfang, aber ich will die 10. Motown, die Ranger und die 187. möglichst bald im Kampf einsatz haben. Sir, AFO kann feindliche Ziele identifizieren und zerstören. Danach schicken wir Truppen rein, um eine Flucht nach Pakistan zu verhindern. Colonel, Sie hören nicht zu. Ich sage es noch einmal ganz deutlich. Sie haben 24 Stunden, um unsere Streitkräfte in das Tal zu bringen. 24 Stunden. Sorgen Sie dafür. Ende des Gesprächs. Wie sieht's mit den AFO-Teams aus? Wolfpack müsste innerhalb einer Stunde auf Position sein. Sie reiten gerade ins Operationsgebiet. Reiten? Ja. Jawohl, Wolfpack ist gerne schnell unterwegs. Ja. 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 Dann komm mal nach. Ja. Ja, ja. Ja, ja.